Hallo und willkommen zurück. So, der zweite Toil ist jetzt auch schon fertig. Brauchen wir zwar noch einen Käpt'n Käpt'n. Besten Händler Käpt'n. Okay, aber der Anza kann eigentlich schon fliegen. So, warte mal. Mir ist gedacht, warte mal, da ist alles dabei, genau. Jetzt schon die Alperta-Fabrik, die Stahlfabrik, die Kohle, der Gaskollektor und den, genau, warte mal. Lass mich wieder kurz zu schauen. Oh, meinst du? Jetzt bist... Ja, eigentlich genau, als nächstes könnte ich mal die Treffstofffabrik bauen. Und dann, ich glaube, bitte mal. Ich wechsle mal kurz so Excelsior. Excelsior! Ich glaube, die Lose gleich oben. Ich habe gerade die Westerminia geschaut. Aber ich dachte, es waren die 27. So, warte mal. Ich habe mir jetzt die Warte mal genommen. Schätzen wir. Oder, warte mal. Die hat ihren Käpt'n, oder? Käpt'n, Käpt'n. Na ja, die zurückkommt durch. Dann gehen wir mal kurz weg. Und da haben wir Excelsior. Ähm... Wechsprang. Und da her. Genau, dann da drüber. Und dann drüber. Und dann drühte Schiff. Oh, drühte Schiff, oder? Genau. Und dann drüber her. Genau. Passt. Ich hätte den nehmen können, aber es ist nicht egal, ob oben oder unten. Vielleicht ist es mich egal. Genau, warte mal, aber... Ja, Grundungsschiff habe ich noch, genau. Kapitän, Grundungsschiffsternzeit, Gaskollektor. Ach, ich wollte den nur anvisieren. Dann mache ich Trefterfabrik in der Nähe. Nearly clearly. Nearly clearly. So. Beinkrabers. Ich glaube, ich werde das dann so machen, dass ich werde einmal im Motor tauchen. Genau, da werden eigentlich noch Astroiden. Also dort noch eine Station gebaut. Und unten noch eine Raffinerie. Und vielleicht auch noch extra Solarfabrik. Ähm. Äh. 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 Dann. Was muss ich sagen? Dann. Was immer? Was muss ich sagen? Genau, weil dann habe ich dort eine kleine Auktionsgitte Öl. Dann lassen wir mal, jetzt sind wir 40, gehen wir ein bisschen noch in die Richtung. Okay, warte mal, ich will schauen, das passt hier gar nicht, äh, so, oder, äh, Station gründen, genau, äh, ich will wieder da sein, Treibstoff, 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 die, 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 das wird dann unten, da, Treibstofffabrik, genau, rot, hier, Treibstoff, nötig, Energiezelle, Öl, Stickstoff und Flur, genau, okay, die Treibstofffabrik hätte ich immer eher vorgestellt, da würde ich erst dann mit Rhenium, äh, eher mit, ja, so Containern, oder, 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 hmm, ja, die passt auf X, okay, das ist nicht perfekt, genau, äh, dann braucht man gleich einmal, Aber das wichtigste ist, dass wir als erstes brauchen wieder Docks. Genau, einen Dock. So, dann bauen wir da einen Dock her. Genau, jetzt haben wir einen Dock holen. Und unten auch noch vielleicht noch. Genau, passt. Passt, 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 genau. Das passt. Genau, eben dann brauchen wir Hunger anheuern. Da nochmal, okay. So, ist jetzt aus. Auch kurz mein Auto zuweisen. Mal. Oh, warte mal. Jetzt pfiffen. Hoppala. Genau. Dann haben wir die ausgewählten. Warte mal. Dann bauen wir da eine Warte mit ab. Dann mal das erste Mal sechs, was ich auch rein machen muss. Alle Warte mal Proaktionen auswählen. Den alle die Proaktionen anmodeln. Genau. Und jetzt nochmal irgendwo. Irgendwo braucht er die jetzt dann noch in der Akademie. in der Akademie. Ja. Okay, wieviel Sand das jetzt? Ja. Genau. Gut. Warte mal. Das passt schon mal. Das passt schon mal. Oh, ey. Akademie muss wieder größer sein. Jetzt hier klar. Hm. Ja. 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 Peet bisschen mehr schon noch. Waffeln noch. Ja. Das ist das Ding. Ja. 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 Das ist das Ding. Ja. 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 Geht's. Die werte haben das. Das ist ja nicht so. Ja. Und warum haben wir das? Dann schauen wir noch Akademie. Und ich bauen. So, werde ich machen. Braucht wir das Orange. Genau. Genau, warte mal, was man alles machen kann, so smarte Tülle auswählen und dann im Frachtraum Was ist das gemacht? Ja, ich glaube schon. Ganz markante auswählen und wohnen in Quartiere, genau. Genau, das ist jetzt Frachtraum, genau. Haben wir noch mehr Quartiere, genau, und mehr Frachtraum, ok. Auch keine Wimperse, aber noch immer nicht, und vielleicht will ich auch noch einmal ein Ding erhöhen, so warte mal. Ah, siehst du, ja jetzt ist alles orange, oder warte mal. Das ist wieder typisch, jetzt kann ich es nicht zurück jetzt machen, warte mal. Also, warte mal, ich will nehmen das. Und jetzt warte mal. Na, wo ist es gekommen? Ja, ja. Ist es gekommen, oder? Na, warte, das ist mir eigentlich. Ewa, da will ich alle aufnehmen, das warte ja eh nicht. Ach, genau, jetzt nehmen wir die. Na und, wir tun mal die. Die Smartecke. Hierzu. Hierzu. Und noch mal die Ecke. Gut, so für mehr orange sind jetzt sogenannte Inbubbacher, die noch. Echt doch. Und noch Akademie. Ah, jetzt bin ich nicht. Genau. Oh Gott, das muss jetzt wieder orange sein. Und schaut das nicht wieder komisch aus. Ja, ja. Genau. 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 Passt. Genau. Äh. Genau. Und den Teil, da kann man vielleicht auch noch eine Klobenkapseln. Genau. Wie haben wir da? Und noch 100? Äh. Ach, halt. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr. Da noch und... Da auch noch, genau. Wie haben wir da? Ja, gut. Ich mache eh mit den 100, ne? So, wenn es 100 sind, dann ist es noch weiße da ohne. Mach ich es auch noch genau. Haben wir fast bei 100? Tee, das ist immer so geil, ey. Äh. Ah, das ist eh... Okay, das ist eh doof. So, jetzt aber... Ja. Okay, jetzt haben wir wieder... Sagen wir wieder fast für irgendwas der Herr. So, was, was haben... Haben wir noch 2000 Indie-Portulien? Genau. Äh. So, genau. Wie haben wir jetzt... Das ist hier... Das ist die... Jason? Ja, die macht auch gar nichts. So, nochmal... Äh. Ah. Bin hier wieder. Ah. Äh. Umzug mich. Macht's denn fertig, Leute? So, warte mal, ich will kurz mal noch schauen, ob die, okay, die hat mir noch nicht zu schrien. Also, warte mal, da fällt dir noch was, Transporter-Blog. Ah, ich habe gerade was gespiegelt, haha. Ja, okay, aber nicht ganz so, das, und dann auch nicht ganz so, genau. So, ja genau, jetzt habe ich einiges anhandelt, ich habe jetzt noch einmal einiges gekauft und, äh, dann wieder abgequält. Ähm, ähm, eigentlich könnte man da, äh, ein Frachtraumabquält-Ding einbauen. Ich habe jetzt nicht alle von denen viel, aber auch alle von denen. Nein, ich habe nicht mehr Frachtraum. So, warte mal, apropos, nehmen wir mal auf... Nein, da wollte ich jetzt nicht hergehen auf... Äh, warte mal... Güterfunkstation, genau, Gras-Kollektor. Genau. Genau. Äh, genau. Wir verkaufen jetzt und einkaufen dann wir... Äh, Montag. Und dann schaltet uns später aus. Na, aber siehst du genau. Haben wir jetzt die Transporter, ja genau. Haben wir jetzt noch nicht gedockt. So, äh, ja genau. Einkon Speer kam da weg. Ähm, jetzt alles mit dir. Genau, jetzt haben wir auch geflogen und Stückstoff. Ja, das ist mein Sektor. Genau, warte mal. Durch. них Sam 같아. in Eyes aus Ich brauche die Treibstofffabrik, will er ne, äh, will er, äh. Da bauen wir auch noch ein ganzes Ding hin. Äh, will er, ähm, na? Wieder ein Hangar. Ja, nur sich frag, wo man den da einbaut. Äh, da so. Oder da so, das kann ich auch. Also na, aber da ist die Akademie, er ist ein Teil der Akademie. Äh, ja stimmt, da kann ich auch in dem Raum da. In meinem Chat machen wir das. Und ausmützt. An meinem Hangar. Ja, passt so eher. Das hört nicht mehr lustig aus. Na, dann kommen wir gleich von der... Jason. Ah, genau. Äh, ein paar Ego mittransportieren. Äh, warte mal, jetzt muss ich ja jetzt nicht. Warte mal, dann brauchen wir noch Ding ab, äh. Hydra Aquid. In�ентmaß. Und... ... ... Na, warte mal ja noch... So, warte mal 1, 2, 3, 4, passt, genau, genau, warte mal, da kriegst du an, 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 genau, da sind 5 Minuten, ja, da sitzt, da sind 5 Minuten, nicht schlecht, na gut, jetzt dauert es 8 Minuten, jetzt dauert es schon 19, ok, jetzt geht es heute auch in 19, gut, das ist erst 20 Minuten, 1, 2, 3, 4, genau, 4 neue Jäger, aber jetzt 20 Minuten, ja, das ist im Grunde, das ist trotzdem alle 5 Minuten, als man was aufsteigen will, so, jetzt schaut es aus, die Klone sind schon langsam fertig, und dann haben wir da noch was ich einteilen, wie viel sind denn da drin, ok, dann brauchen wir gleich noch Piloten, Security, so, die, so, haben wir schon Treffstoff noch, ich werde noch Öl, das werden wir dann besorgen, wenn ich, wenn ich, ich bin grad zum Öl in ganz, das steht mir ja da noch an, 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 an Astroiden übrig, ich bin mir nicht sicher, ob man den noch nicht, nicht noch für andere Sachen braucht, nein, das wäre dann eben das Problem, ne, ähm, wenn man den dann für andere Sachen braucht, dann, äh, ... ... Vielen Dank. Okay, jetzt sind die erst mal fertig. Dann machen wir dann auch, wo das eine Dampel-Doppelhunde sind. So. Genau. Dann büten wir mal 50 aus. Genau. Und 12. Es ist Belogen, genau. Aber es ist jetzt die Frage, ob die löse ich. Ah ja, die repariert sich jetzt wieder von selber. Also die muss jetzt nichts ausgeben. Die repariert sich jetzt von selber. Genau, okay. Die nächsten sind eh schon da. On the way. Oh. Oh. xxl jetzt kann ich noch mal schreiben ich habe gesagt, dass ich eine schlitzreiche schlitz ok eben, ich werde einmal jetzt spinnen ich werde einmal jetzt spiel mal kurz schauen äh na oder mal P genau, zwei Datenraketen sehr mal jetzt will ich mal schauen man stimmt, man kann rein theoretisch eben den Asteroid für Öl verwenden und wenn dort die Öl-Raffanage war wird man sich ein bisschen was ersporen, also weg also dass man da schon einige Stationen haben und natürlich noch eine Station kommen wir mal äh, Treibstoff haben wir jetzt gelöst Rakete öh 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 na na, warte mal da braucht man sich Sprengstoff öh 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 ok, da braucht man Chemikalien Metallplatte und Leiter und wo kriegt man Chemikalien hier ok aus der Chemikalienfabrik Da braucht man Saunstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Wasser, Carbon und Biogas. Das ist ja einiges. Eben wegen dem Wasser, oder? Imbus ist eben, oder? Was ist das Asteroid? Hinegründen? Eben, Wasser. Wasser, da braucht man dann einen Asteroid. Eben, wie viel Öl braucht man noch einen? Das wird dann wahrscheinlich auch so aus dem System. Weil da braucht man ja nicht nur Öl für den Turm, sondern braucht nur Öl. Man braucht dann, äh... Äh... Solar... Äh... Ding. Und vielleicht braucht man auch sonst noch was? Hm... Eben, das ist halt immer irgendwie das. Dann braucht man auch noch Mikrocheap. Da braucht man Energiezelle, Halbplätze und Kabel. austere. Und jetzt wird es ja noch wenig oder nicht aus der Kabel. Wir nehmen den Halbplätze und Kabel. In der Halbplätze, Heersteller pro Tag hat man auch noch einen Knopf für die Säuze. Und in der Halbplätze braucht man die ersten Gäuze und die ersten Gäuze und die ersten Gäuze. Energiezelle, Gold, ne, das ist das Gold, oh, das ist ja da irgendwo, genau, eben. Aber dann braucht man noch ein Astro, Astro, ein Halbblätter, genau, Gold, Silizium und dann hat man das wieder da hergekriegt oder wieder woanders, da als Hitze, in Minerbrauch hat man noch ein Astro, immer so das, das wird immer größer und größer und größer und größer, größer, größer. Sehen wir, ich will wahrscheinlich erst einmal euer aussoßen. Warte, warte. Ich muss jetzt nicht mehr aus der Sicht aussehen. Ah, das ist das Tattoo. Hahaha. Äh, so. Ja, das ist das Tattoo. Jetzt haben wir über 95. Wenn der Rest noch nicht reparieren. Äh, genau. Jetzt wird es eh nicht kaputt, genau. Oh, warte mal, die nächsten Leute sind schon hier da. Äh, werden wir eh. Äh, warte. Die 50, genau, legen wir da wieder her. Ja. Werden wir ja mal da eh brauchen, ne? Anders steht 100, äh, 100 Ding. Äh, warte mal. Den kann man mal da ausbilden. Da haben wir echt nur alle verbraucht, ne? Außer einem. Da haben wir noch 200 Ding. So, und apropos. Wie schaut's eigentlich aus miteinander? Genau, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Versicherung, genau. Versichert. Äh, alle Feinde angreifen, genau. Also sobald wir Piloten haben und sobald wir Jäger haben. Da haben wir zuerst schön Jäger dann und dann Piloten. Haben wir da schon, ey. Hier in der Kunde schon Jäger aussenden. Und sich quasi zuverteidigen. Oder um quasi den Sektor zu beschützen. Äh. Jetzt habe ich es eh bei der anderen Fabrik nicht gemacht. Äh. Und wir dachten, die sind ja doch ein bisschen weiter weg. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn die extra noch gemischt haben. So, haben wir jetzt schon mal Treibstoff jetzt steht? Ja. Ja. Ah. Oh. Ah. Sichtbar, der Preis ist doch schon ziemlich hoch. Oh. Der Preis ist doch schon ziemlich hoch. Auch ein Gifflug könnt man verkaufen. Immergotts trepscht du viel. Immergotts trepscht du viel. Immergotts trepscht du viel. So, dann gehen wir kurz zum Chaos-Kollektor. Immergotts trepscht. Immergotts trepscht. Immergotts trepscht. Okay, warte mal. Genau. Da müssen jetzt die neue Excelsior sein. Warte mal. Warte mal. Da gibt's wie jetzt. Warte mal. Okay. Da ist eigentlich kein Teleporter. Das ist eigentlich. Hey, komm ich jetzt gerade für Star Trek. Die haben eigentlich immer einen Transporter. Da ist jetzt eine kleine Termin. Da ist ja immer eine Termin. Da ist ja immer noch eine Termin. Da ist ja immer noch ein Termin. Na dann, dann mal. Aber jetzt kann man kein Möschlisch bauen, gell? Äh. Null, null. Äh, brei? Und nur Lauf-Lauf hier. Oh no. Warp. Jetzt. Es passt. Und dann da beim Wissforschungsding. Was ist das? Ah, ein Händler. Den könnten wir eigentlich auch noch holen. Wir brauchen hier noch einen Händler für den 2.0. Genau. Und dann brauchen wir noch einen Händler für den 2.0. Das Ding geht ja eigentlich eh wohl nicht ab. Ne? Jetzt haben wir schon bei 3.000. Dann passt schon. Schau mal, was haben die da für Zeigs? Oh! Gutes Zeigs. Warte mal. Geschütztürm. Anders Ding. Gefechts. Schild. Ähm. Hiebbaum. Hm? Okay. Okay. Da haben wir schon. Gehen wir da mal auf Sektor-Battraillen. Genau. Genau. Warte mal. Entweder haben wir ja schon. Äh. Äh. Wo ist denn das jetzt? Äh. 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 Da fällt er nun eins. So kommt's dann einmal durch. Soher fährt. Genau. Wir gehen weiter mal. Äh. 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 Fast das jetzt, ne? Nicht M zu M. Genau. Wir gehen da auch wieder her. Oh You know what Warte mit der Hitman Captain Es fällt niemandem ein bisschen mehr ein Dann brauche ich doch einen Scheiz wenn ich die Station am Captain habe Und da ist ja dann egal ob das jetzt ein namloser ist oder eben nicht Sogar besser weil er weniger kostet und jetzt auch nicht immer verschwinden wird So So Und einen Bergbau geben Den haben wir nicht so Zweide ist schon da Dann kann man gleich weiter mal Zweide Äh Versorgung von Fabriken Genau Äh warte einmal so warte einmal Äh anfangen Du Welten Äh Oh 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 Na, na, na. Klappstoff, genau. Energiezellen, genau. Passt nicht ohne Bücher, ne? Genau, das passt eigentlich schon. Genau, Gefahr für Hinterhalter. Er kann nicht durchs Dorf fliegen. Genau, Schleifen dauert 16 Minuten, unbegrenzt. Was ist denn eigentlich perfekt? Genau. Es ist, äh, der Meinung geht mir zur Trabstofffabrik. Und da drücken wir schon mal auf, äh, dann mal einkaufen, dann mal auf nein. Genau. Weil der kriegt jetzt eh schon, äh, Ding. Und da machen wir auch den nächsten kleinen zweiten Fehler, weil jetzt haben wir ja schon ein Ding. Äh, siehst du? Na, der Trailer, der fliegt jetzt da, äh, durchs, durchs, geht, ne? Hat man natürlich schon einen großen Vorteil, ne? Im Vergleich zum den Trailer, der da quasi quer durch fliegt. Ich meine, eigentlich könnt ihr zum Teil zum Beispiel das Wobnach benutzen, ne? Also durch, ich meine, da wird er sicher ein, wird er sicher ein, der Tisch, ja, na, gar nicht gesprochen. Wenn es denn das ist, aber da gibt es ja noch ein Wobnach, oder? Nein, das ist ja noch ein Wobnach, aber das wäre eigentlich auch schneller, wenn er da, da so durch, durchs geht, und dann da so durch, äh, äh, also da so durch, durchs geht, und dann da so durch, und dann da so durch, ey. Ich wäre eigentlich viel schneller, um zu sicherer, ne? Das wäre dem Grundsinn, eigentlich, ich wollte einmal einmal durchs Tor, zweimal durchs Tor, äh, also dreimal durchs Tor fliegen, ne? Also das wäre... Okay. 4, 3, 4. 4, 3, 4. Okay, hat der mir jetzt was schrien? Äh. 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 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 17, 12,15, 17,оч 14,19. 14,000. 15,22,15,16,22,16,17. Ok, wie schaut's eigentlich aus? Jetzt wollen wir ja kurz weg. Hm, genau, ich möchte ein paar neue Leute. So, dann können wir da nochmal 30 Leute, würde ich sagen. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht braucht, keine Ingenieure. Aber, oder, ich bin mir so sicher, ob die Absicht kümmern sich die ja um die Geschwindigkeit, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob die nicht auch was mit der Energie zu tun haben. Ok, wir Looten sind wohl fertig. Dann werden wir, ok, kommen noch 48 dazu, genau. 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 Ähm. Genau, da haben wir jetzt eh schnell ein bisschen mehr Leute haben. Wäre als Security auch nicht schlecht. Genau. Ah, das Schiff ist fertig. Die Schiffe sind fertig. Super, dann gehen wir gleich um. Warte mal, woher ist jetzt da? Und dann geht's jetzt nochmal. Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Und dann geht's nochmal. Und dann geht's dann nochmal, wenn wir die Schiffe sind. Und dann geht's nochmal. Ja gut, die Station kriegt er noch wahrscheinlich erst, weil wir auch einen Kontrast von der Block deswegen zu sehen, gell? Äh, wer noch? Ist es nicht am Messer, wenn wir noch? Ist es noch? Wir gehen auf Abfangkurs! Na? Ich denke, ich gehe doch durch, das ist nur bei Station, warte mal. Äh, genau, dann gibt es welche? Warte mal, den gibt es mal? Den gibt es, warte, den nehme ich mit dem Ding, nehme ich für die andere Station. Äh, das ist einfach schisch. Na, warte mal, da weiß ich, es ist gerade noch für vier. Eigentlich wird es halt mal, die, warte mal. Stimmt eigentlich, der Impuls, sag ich mir, warte mal. Das ist ja, warte mal, das ist ja so, so drin. Das ist ja, meine ich, in, in roten, äh, und man, da wäre die Impuls-Triebjagge geworden. Die Wurne eher so rötlich-orange, oder? Die Wurne eher so rot, oder? Rot-orange, ja. Die Wurne blau, oder? Bei, bei der Exe ist ja klasse. Die Impuls-Entrehe, die sind eher so. Ja, warte mal, vielleicht nicht mehr. Tja. Aber jetzt, jetzt achte ich wie über den Spiegel. Hä? Ja. Ich wollte mir die Hüfte. Dann, mal, gehen wir kurz dazu, ey. Genau. Ich war's doch eher orange. So. So. Wollt's dir irgendein übersehen? Ist alles so orange, oder? Äh. Genau. Wenn ich noch da dachte eigentlich vorher, das ist eher so, oder? Die Impuls-Triebjagge sind eher so rot-orange, will ich sagen. So, warte mal. Wo kriegst du den Captain? Wir kriegen... Was ist denn... ...die Wiff-Kracht... ...in Captain? Genau. Genau. Auf der Maus. Genau. Und dann... Genau. Warte mal. Dann legt runter. Die fliegen zuerst einmal. Seid ihr egal, oben oder unten. Dann da. Dann... ...da vorher. der Maus. Dann... ...und dann das gleiche... Okay. WAP! WAP. Oh no. So. Warte mal. Ähm. Aliens. Wie haut's denn jetzt aus? Äh. Jetzt haben wir's schon besser. Wenn wir beide Beraten umgelegt haben. Okay. Und gehen wir wieder zurück. Und warten auf die 2. Was ist das da oder? Wie geht das nochmal? Ah. Boah. Hätten wir jetzt nicht durch, dass wir's wieder bei 50 Minuten fand. Äh. Okay. Okay. Oh meh. Wolle sich für ganz andere, okay? Ich bin bei. Gott noch. Oh. 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 Wolle sich jetzt nicht eigentlich wieder mal, äh. Äh. Genau. Verkaufen. Genau. Oh no. Oh no. Also super. Jetzt sind da die ersten schon fertig. Die ersten 50. Das heißt, da kann man mal, wo normal Leute auch so tun. Okay. Jetzt schwör, jetzt fahr vielleicht ein bisschen. Sy. Ja. Genau. Jetzt passt's. So. Warte mal. Äh. Ja. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch nochmal. Ich büte nochmal 50 Leute aus. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich zwängen. Äh. Bolle, 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 Bolle fertig sind. Äh. Oh. Da sind die wie ein Zwängen. So. Genau. Piloten haben wir schon. Die Jäger haben wir auch schon. Super. Der erste, äh. Äh. Die ersten vier. Und die nächsten vier sind auch schon so fertig. Ähm. Genau. Ähm. 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 ... Ähm. Ähm. Gibt's noch nicht eins? Einmal. Ähm. Genau, nein, leider, da noch mal eine Kräuter, da 21 Ingenieure drin sind, da noch mal eine gerade Zahl. Genau, Piloten büben wir aus, Security büben wir aus, passt mir eigentlich schon, genau. Dann mal, das füllen wir jetzt 21,8 plus 49, bis 70, ja dann büben wir noch 30 aus, dann sind wir da bei 100, genau. Ja, das passt dann. Ja, da kann sein, dass wir da vielleicht doch noch mal 50 mehr, also dann 200 haben. Aber wir brauchen halt noch mal. Aber ich glaube jetzt nicht, weil es sind doch noch ziemlich viele Hilfsarbeiter drin, ne. Deswegen, sobald die einmal fertig, die nächsten 50 fertig sind, geht das schon. Jetzt sind die bei 40, ok. Ok, nächsten, allerdings sind auch viele fertig. Das ist so gut wie fertig. Jetzt haben wir schon 8 Jäger. Genau, passt. Und noch mehr Piloten, da mehr ausbilden. Passt dann eher als mal Gedanke für sich und bis zur nächsten Folge. Dann, bis zu neberen. Dann, bis zumal.